Meine TV fühlt sich wie immer, seit wir Elektrizität hatten. Kenny, es gibt überall Luft. Entschuldigung, wie ich da gestartet habe. Nachdem Sarita war... Ich konnte es nicht. Entschuldigung, du hast es getan, was du konnte. Du hast versucht, zu helfen. Und ich schulde dich für das. Ich bin sehr, sehr entschuldigung. Du hast nichts zu entschuldigen. Ich weiß, du hast es nicht gesagt. Danke. Ich liebe meinen Mannen. Ich liebe ihn so viel. Ich habe ihn nicht so, wie ich sollte. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich war nicht da. Für ein paar Jahre. Auf einem Boot, irgendwo oder andere. Ich dachte, ich habe das Zeit von ihm genutzt. Von meiner Familie. Aber ich würde mir nur ein paar Sekunden mit ihnen geben. Um mit Duck zu spielen. Um mit Duck zu spüren. Um mit Kutsch zu spüren. Ja. Oh Mann. Um alles in der Welt. Ich liebe Duck auch. Er war ein guter Freund. Und ich hatte nicht so viele davon. Er war ein guter Mann. Ein ganzer Mann. Ein ganzer Mann. Ich wollte nur die Leute, die glücklich sind. Das stimmt. Boy like that. Thrown into a world like this. It's gonna be different with him. He's gonna get raised right. I won't make the same mistakes again. That's a promise. Ich glaube. Ich glaube, er ist wieder zurück. Ich glaube, er ist wieder zurück. Jane kriegen wir auch noch. Moment. Wir können auch in den Zaun gucken. Das Loch könnten wir versuchen zu schließen. Zumindest gegen Zombies. Ähm. Gegen Menschen natürlich nicht. Aber ich glaube nicht, dass hier so viele Leute sind. Wir haben ein Feuer. Das ist echt nicht gut. Kann ich auch noch mal zum Feuer gucken? Ich hoffe doch. Es ist schön warm. Es ist so viel besser durch das Feuer. Hm. Es gibt gute Argumente dafür, sich zum Feuer zu setzen. Jane. Oh, es ist Rum übrigens. Ich dachte, das wäre Wein. Aber das erklärt, warum alle nur einen Schluck davon trinken. Möchtest du was? Wird das funktionieren? Rum. Es ist Rum? Wahrscheinlich. Es sollte nicht alle trinken, übrigens. Na? Ich weiß nicht. Es könnte wunderschön sein. Ich hatte es nicht erwartet, dass.. Du weißt. Es muss nicht sein, dass wir jetzt alle hier sind. Ich wollte den Witz machen. Ich wünsche, es wäre so einfach. Es ist. Die Leute lieben es einfach schwerer, als es muss sein. Warum fühlt es sich, als ob ich ein Kontrakt oder was? Okay. Hm, nee, danke. Ich versuche, zurückzutreten. Du kannst mir die besonderer Fahrer sein. Genau, aber ich weiß nicht, wie zu fahren. Es ist jetzt leichter, da gibt es keine Autoren. Ich war nicht so viel älter als du, als ich mein erstes Trink hatte. Gott, ich war so dumm damals. Es gab diese Zeit, als ich in meinen Elterns-Liquor-Kabinet und trinke eine ganze Bottle dieses wirklich... ...speise, süßes Liquor... Was war die Name? Es war dumm... ...Earthquake oder was... ...Sounds like you are a bad kid. Ha. I guess I was. Oh je. At the bottom of the bottle there were these... ...Sugar-Krystals. And I got it in my head that I really wanted to eat a couple. So I got the bright idea to smash it on my parents' Diningroom floor to get at them. Oh, super. And it shattered into a thousand pieces all over the dining room. And I proceeded to eat what I thought was sugar candy. It was not sugar candy. Did you ever get caught? Yeah. Haha. The problem with glass is, it looks a lot like sugar crystals. Oh. It's never really been a problem for me. Keep it that way. Mhm. My sister found me drunk. Blood pouring out of my mouth. Oh. Jamie thought I was dying, so she called 911. They pumped my stomach. You ate glass, I ate glass. Ouch. I haven't thought about that in a long time. Yay, mehr Rum. I guess a deal is a deal. Here. Na dann. Zurück zum warmen Feuer. Ja. Hey, wir haben sie beide überzeugt. Willst du hier sitzen? Nein. Das ist... Ich bin gut. Oh, ja. Woher du bist. Sehr gut. Ähm. Hier gibt's nichts mehr. Es gibt nur noch A-Raum. Und ein Schild. Ich geh noch mal zu A-Raum, aber ich... Oh, okay. Hat nicht geklappt. Jane. You don't have to justify that with the response. Hey. I find it's best to just get this stuff out in the open. Plus drop it. Well, that's fine. But I can confirm there was no time for kissing. Oh. Okay. Irgendwer muss ihr das auch mal... erzählen. Yeah. It is. You just... Spend so much time trying to stay alive that... You don't get a chance to enjoy living. Yeah. We need to make more time for that. Alcohol helps. Oh, yeah, it does. It helps, but... Oh, man. Oh. Let me get that bottle. We got someone else that might need some help. Right. No. He lost his sister today. And whose fault was that? That makes it even harder to deal with. Trust me. He needs it as much as anyone right now. It's a nice thing to do. I said my peace. Oh, Kenny. I don't think that boy's a bad person. I just think good people do bad things sometimes. And they do it a lot more nowadays with the world being what it is. So I think it's best to... Leave me alone! It's too much loud. My fault. I shouldn't have... Leave me alone! It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. She's in a better place. It's okay. It's okay. It's okay. Maybe it's best if we all get some rest. Who knows how long a walk we got tomorrow. Yeah. That's a good idea. I'll take first watch. Thank you, Kenny. Really? Oh man, Kenny is back again. I did good. It was nice while it lasted. You sure you're good? Yeah. Yeah, I'm good. If I... If I start to crap out, I'll let you know. Okay. Okay. Well, you do that. It's no trouble. How much further? Close. Very close. You've been saying that every time I ask. Please. Uh oh. I'm really starting to think. You're full of shit. Behind you! What the fuck? Yes, yes, yes. Jesus Christ. Phew. That was close. Fucker came out of nowhere. That was real loud. Hopefully there aren't more of them. Yeah, well, let's move. We don't want to be around to find out. He's very close. Come. We should be a bit more careful. Yeah, that's all. There. That shit is half built. That shit. It's warm. Fireplace. Very warm. Very warm. I'd just like a place to sit if I'm out of here. Looks like it's empty. Yes. It's empty. I thought so too. But now that he said that, I'm not sure. If it ain't, kids gonna wish it was. Maybe there's a way around. I don't see any. Can I go? Say it in a American asshole. It's okay. Look. Ice. No shit ice. That's the problem. He's saying it's fine. I can go first. I can be front. Maybe we shouldn't come together. We just can't have too much weight. She's flat. We need to spread out. Just to be safe. The less weight the better. Let's wait the better. Let the Ruski go first. Since he's so confident. It's okay. I can trust him. If that thing is longer frown, then it should be absolutely sure. Because it's still getting colder. It's really important that you have to hold. Because you can't trust it. You can't see it. You can't see it. Also, that's a good sign. But you can't see it. I can't see it. I can't see it. Wait. Is there something there? Was? Was? Was könnte jederzeit brechen? Gerade bei uns vielleicht nicht. Aber... Wir haben ja auch ein paar Männer dabei. Bei denen könnte es passieren. Und so ein Eiswasser ist echt nicht gut. Oh oh. Na ja. Jede... Oh wow. Walker kommen auch noch. Na, die könnten einbrechen. We got some Walkers behind us. Okay. Die sollten übrigens nicht da rüber laufen können. Die haben doch viel weniger Geschicklichkeit. Stay with us! Fuck! Weiter. Ja, es ist sehr gefährlich hier. Es ist zu viel zu tun. Just stay spread out and we'll be fine. Hey! Motherfucker! Kenny, Kenny, Kenny! No! Kenny! Nein! Nicht laufen! Ja! Nicht verletzen! Ja! Ja! Kenny! Oh verdammt! Wir brauchen großen... Großes Holz. Nicht rüber gehen! Nein, nein, nein. Hey, ich kann es machen. Es ist... Es ist gut. Ja. Er sollte sich flach hinlegen. Es ist zu tief für uns beide. Ich... Ich muss... Ich muss... Nein! Nein, 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 nein. Nicht hinlaufen! Nicht! Die Walker, ja. Ganz flach auf. Ganz flach. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich kann es machen. Aber du musst jetzt gehen! Nein! Clem? Das ist sehr gefährlich. Clem? Nein! Wir können uns nicht hinlegen! Wir können uns nicht hinlegen! Verdammt nochmal! Warum können wir uns nicht hinlegen? Ich habe dich! Bitte! Es wird alles gut sein!